Heute zu Gast bei Das Ganze Bild, Hans-Joachim Maaz. Wir sprechen über die narzisstische Gesellschaft, über Narzissmus und was das mit Staatsverschuldung oder Dunkeldeutschland zu tun hat und über die innere und die äußere Demokratie. Ich freue mich heute auf eine neue Ausgabe von Das Ganze Bild. Heute mit Hans-Joachim Maaz, Psychoanalytiker und Psychiater. Herzlich Willkommen. Hallo, Jan. Sie haben ein Buch geschrieben, die narzisstische Gesellschaft. Sie sagen, wir sind alle Narzissten. Und das hat schwere Folgen für die Gesellschaft und ist auch ein Grund für einen Staatsbankrott oder für eine Staatskrise. Vielleicht können Sie das ganz kurz herleiten und begründen. Ja, wir müssen Narzissmus verstehen als eine Persönlichkeitsproblematik, die in der frühen Kindheit entsteht. Immer wenn Menschen das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug, ich werde nicht so bestätigt, verstanden und geliebt, dann haben sie einen Stachel im Fleisch zu beweisen, dass sie doch richtig sind. Und dann machen sie große Anstrengungen, nur immer wieder an sich denkend, ich will beweisen, dass ich wer bin. Und wenn viele Menschen davon betroffen sind, wenn also bestimmte Bedingungen in der Kindheit so sind, dass viele Kinder so betroffen sind, dann wächst das narzisstische Problem kollektiv in die Gesellschaft. Und das ist mein Thema, wie das Individuelle sozusagen ins Kollektive wechselt. Und das führt zu einer übertriebenen Staatsverschuldung? Das haben Sie auch geschrieben. Vielleicht können Sie den Zirkel einmal schlagen. Naja, sagen wir mal, unsere Gesellschaft, die insofern narzisstisch ist, weil sie immer mehr will, ein grenzenloses Wachstum hat. Die Menschen sind so aufgestellt, immer mehr haben, mehr haben. Und das führt eben dazu, dass wir im Grunde genommen auch kollektiv über unsere Möglichkeiten leben. Die kollektive Gier, haben Sie das, glaube ich, genannt, über die eigenen Verhältnisse zu leben. Ja, und das führt eben dazu, dass wir uns mehr verschulden, dass wir die Umwelt mehr belasten und dass wir im Grunde genommen unsere menschlichen Beziehungen auf Wettbewerb, auf Siegen wollen, auf Besserwerden wollen als andere orientieren. Und das ist natürlich für das Zusammenleben nicht so gut. Aber Wettbewerb als solcher ist nicht gut für die Gesellschaft? Der übertriebene, der narzisstische Wettbewerb. Also Wettbewerb im Sinne von, ich zeige was, was ich kann, anders als der andere und mache das gut. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ein tiefes, menschliches Bedürfnis. Nicht nur das gut zu machen, aber ich versuche es besser zu machen als der andere, treibt ja im Prinzip auch an zu Höchstleistungen. Ja, und das hat aber so eine fließende Grenze, wo das noch normal und gesund ist und wo es in dem Sinne krank wird, dass man nicht mehr aufhören kann, dass man gerade heute Sieger ist und die Freude hält nicht lange, weil man morgen schon wieder besser sein muss. Also es gibt eine süchtige, eine zwangshafte innere Anstrengung, immer noch mehr und immer noch besser zu sein. Und das ist das narzisstische Problem. Und wir in Deutschland wollen nicht nur besser sein, sondern wir wollen die Besten, wir wollen die Weltbesten sein. Wir haben das in der öffentlichen Darstellung ein bisschen geschafft, in Anführungszeichen möchte ich sagen, oder mit einem Fragezeichen versehen. Als Angela Merkel 2015 die Tore von Deutschland geöffnet hat, ist sie vom Spiegel als Mutter Teresa überhöht worden. Wir waren jetzt quasi eine heilige Nation. Hängt das damit auch zusammen? Es ist zumindest ein Thema, das mir große Sorge macht, dass, so wie Sie eben sagen, dass wir Deutschen in Gefahr sind, in allen Bereichen immer die Größten und die Besten zu sein. Also ob wir die beste Produktivität haben und Weltmeister sind im Verkaufen und so weiter. Und hier tritt praktisch ein neues Thema. Wir wollen jetzt auch humanitär die Größten und die Besten sein. Und genau dieses Thema, wo geht das ins Narzisstische? Wo ist es eben eine gestörte Entwicklung? Wo ist das Humanitäre überzogen auch? Immer wieder dasselbe. Was ist noch normal? Und was ist dann, sag mal, aus inneren Antreibern eben etwas ganz Großes und Besonderes zu sein? Genau in dem Zusammenhang mit dem Thema Grenze und 2015 entstand dann aber auch der dunkle Fleck in Deutschland. Also wir sind was Gutes und was Besseres, aber die im Osten, die sind es nicht. Der Bundespräsident hat von Dunkeldeutschland gesprochen. Also eine kollektive Abwertung, ich will sagen der Hälfte des Landes. Wie geht das zusammen? Also ich finde das schrecklich, ich finde das empörend, dass verantwortliche Politiker in höchsten Positionen ihr eigenes Volk so denunzieren oder so einteilen. Ich sag mal, selbst wenn es so stimmte. Dass das da dunkel sei. Ja. Oder wenn was stimmt eigentlich? Ich sag mal, ich bin Psychiater, ich hab's auch mit Mördern zu tun oder mit Verbrechern zu tun oder so, aber ich kann doch nicht sagen, das sind dann Monster, das sind dunkle Menschen, sondern ich muss immer bemüht sein zu verstehen, was ist mit diesen Menschen geschehen, was sind die Hintergründe. Das ist aber immer eine individuelle Betrachtung, das geht nicht kollektiv. Ja, aber natürlich, aber man kann nicht über ein Land sprechen und sagen, das sind die Guten und das sind die Bösen, das sind die Hellen und das sind die Dunklen, ohne es auch näher zu begründen. Ja, wer ist denn, nach welchen Kriterien? Also ich finde das ganz schlimm und das, in meinen Augen ist das ein narzisstisches Thema, weil der Narzisst, auch wenn er in der Politik ist, wird sich selbst und seine Politik immer wesentlich besser darstellen, also besser als sie ist und jeden politischen Gegner abwerten. Und das machen auch Menschen im Normalen, ja, also ich bin besser, du bist schlecht. Ja, und das dürfte in der Politik nicht sein. Also die Spaltung, die wir im Moment haben in der Gesellschaft, hat damit zu tun. Wir haben sie in vielen Bereichen, wir hatten sie im Blick auf den Osten gehabt, das haben wir gerade angesprochen. Wir haben sie aber auch mit Blick auf die Amerikaner, die einen Präsidenten gewählt haben, der den meisten Deutschen oder vielen Deutschen auf jeden Fall nicht opportun erscheint. Wir haben sie mit Blick auf die Briten, die eine Entscheidung getroffen haben, die EU zu verlassen. Das geht in Deutschland gar nicht. Ist das der gleiche Kontext, die Überheblichkeit? Ja, weil praktisch in der öffentlichen politischen Darstellung wird Trump schlecht gemacht, auffällige Persönlichkeit, ja, der Brexit ist unmöglich oder da eben der Osten ist dunkel, ja. Es wird nicht hinterfragt, was aber die Notwendigkeit wäre, weshalb wird ein solcher Präsident gewählt, weshalb wollen die Briten aus der EU austreten. Oder, ich komme aus dem Osten, ich finde die Ostdeutschen sind im Moment wesentlich kritischer als die Westdeutschen im Durchschnitt. Und das hat Gründe, also Sie sind, sagen wir mal, kapitalismuskritischer und obrigkeitskritischer aus Ihren Erfahrungen. Sie haben eine andere Erfahrung gemacht, das nehme ich auch immer so wahr. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass einfach nicht alles stimmt, was man Ihnen sagt und eines Morgens wachen Sie auf und das ganze System ist plötzlich verschwunden. Das hat man im Westen nicht erlebt. Ich würde jetzt sagen, das hat nichts mit dem Narzissmus zu tun, das ist einfach eine ganz normale Erfahrung, die im Osten gemacht worden ist, mit einem politischen System, das zusammenstützen kann. Ja, aber die Kritik, wie die Vereinigung vollzogen ist, sie ist ja auch, wenn man so will, narzisstisch vollzogen. Also mit der Einstellung, im Westen sei sowieso alles besser und im Osten sowieso alles schlechter gewesen. Das ist eine typische Überhöhung und Abwertung, Überhöhung der eigenen und Abwertung der anderen. Also das narzisstische Thema ist auch eben immer wieder ein gesellschaftliches. Und ich glaube auch, dass die Abwertung, die viele Ostdeutsche erlebt haben, ein Grund ist, genauer hinzuschauen, wie ist die Vereinigung gelaufen, wie sind die sozialen Bedingungen und die Sozialisationsbedingungen im Westen. Was sind die großen Unterschiede, wenn Sie das auf drei oder fünf aufspalten könnten, die großen Unterschiede zwischen den Ostdeutschen und den Westdeutschen, zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, kann man das sagen? Ja, kann man. Ziemlich gut untersucht auch, dass sozusagen das repressive, autoritäre System in der DDR die Menschen eher eingeschüchtert hat. Gehemmt, vorsichtig, zurückhaltend, misstrauisch, ja nicht zu individuell im Kollektiv sich einordnen und, wenn man so will, auch untergehen. Ja, sodass man nicht so sehr eine ganz individuelle Meinung hat. Und der Westen hat das Gegenteil. Der Westen hat so sozialisiert, dass der Mensch besonders tüchtig sein soll, stark sich durchsetzen, konkurrieren soll, immer der Beste sein soll, immer was hermachen soll, sich verkaufen lernen muss. Also im Grunde genommen, wenn ich das wieder unter dem narzisstischen Aspekt verstehe, es gibt zwei Varianten, das Größen-Selbst oder das Größen-Kleinen. Das Größen-Selbst will immer beweisen, ich bin doch mehr, als man mir zugesteht. Und das Größen-Kleinen sind Menschen, die sich eben eher bedürftiger machen, damit sie versorgt werden. Also das Narzisstische wird dann so ausgetragen, helf mir. Kleiner, sich klein zu machen. Ja, und das, glaube ich, sind die unterschiedlichen Sozialisationen im Osten und im Westen gewesen. Ja, das ist die Beschreibung der Geschichte, sagen wir mal so, die Beschreibung der politischen Systeme. Und Sie sagen, alle Folgedifferenzen oder Unterschiede, die wir haben, die folgen daraus. Naja, man muss das so sehen. Die Menschen im Osten sind natürlich geprägt worden durch diese Sozialisationsbedingungen, der Repression, der Einschüchterung und so weiter. Dann kommt der Vereinigungsprozess. Man erlebt wieder eine, also man wird nicht gefragt. Man kriegt ein System sozusagen verordnet und muss sich anpassen. Da verlieren sehr viele Menschen auch an Bedeutung, an Geltung, nicht nur an Arbeit. Und das heißt, dass die Menschen im Osten auch durch diese Vereinigungspolitik einen kritischeren Blick haben. Warum musste das so sein? Warum sind die ostdeutschen Biografien und Kompetenzen nicht wirklich gewürdigt worden? Und im Moment sehe ich das so, dass vor allen Dingen der Protest, der aus dem Osten kommt, damit zu tun hat. Individuelle Probleme, Vereinigungsprobleme und der kritische Blick auf den Westen. Sie haben das Buch geschrieben, Das falsche Leben. Das falsche Leben zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns übertriebene Ziele setzen. Ist das sozusagen ein typisches Westproblem dann? Ist das Ausfluss dessen? Ja, im Grunde genommen ist das falsche Leben immer dann ein Thema, wenn Menschen in ihrer Entwicklung selbst entfremdet werden. Also das, was sie sein könnten, dürfen sie nicht werden, sondern sie müssen sein, wie man es erwartet, wie die Eltern und die Gesellschaft es dann wollten. Und der Unterschied, oder da ist wieder im Westen das falsche Leben besonders dadurch charakterisiert, dass man eben etwas sein muss, also etwas haben muss, etwas erreichen muss, etwas erleben muss. Also Erich Fromm hat mal schön ja diesen Unterschied zwischen Haben und Sein gemacht und der ist für einen Psychoanalytiker natürlich ein großes Thema. Viele Menschen wollen immer etwas haben, weil sie nicht viel sind und das ist im Grunde genommen im Moment auch das Thema der Deutschen und da sind die Ostdeutschen stärker betroffen, weil sie weniger insgesamt haben und dafür mehr darum kämpfen, wieder mehr sein zu wollen. Das ist jetzt wieder auch individuell betrachtet, wenn die Gesellschaft sich übertriebene Ziele setzt, dann kann man durchaus auf den Gedanken kommen, Fragezeichen, dass die Welt zu retten, das Weltklima zu retten, die Weltarmutsprobleme zu lösen, den Euro zu retten und so weiter auch ein übertriebenes Ziel ist? Also es ist vermutlich ein unrealistisches Ziel, dass man es sich zum Ziel nimmt, finde ich in Ordnung, aber es ist in meinen Augen nicht zu erreichen auf der Symptomebene, wie ich sage. Es wäre nur zu erreichen, wenn man versteht, was mit den Menschen los ist, die immer mehr wollen, die sozusagen damit auch die Umwelt ausbeuten, das Klima belasten und so weiter. Also diese Ziele, die wir ja auch zum Überleben brauchen, sind für mich nur erreichbar, wenn man versteht, dass die Menschen in der Kindheit anders behandelt werden müssen, damit sie möglichst wenig narzisstische Probleme entwickeln. Was sind die größten Defizite in unserem politischen System? Zunehmend, dass es immer weniger Demokratie gibt. Ich habe ja in meinem Denken den Unterschied aufgemacht zwischen einer äußeren und einer inneren, einer innerseelischen Demokratie. Und äußere Demokratie kann man verordnen. Das ist nach 1945 von den Siegermächten geschehen, das ist in der DDR 1989, 1990 geschehen, ohne dass die Entwicklung der Menschen im Blick war. Also die Bundesrepublik ist noch von Nazis aufgebaut worden. Die ehemaligen SED-Bonsen oder Stasi-Leute sind im Westen noch bald wieder untergekommen, weiß ich, zum Manager geworden und so weiter. Man hat nicht bedacht, dass es für eine demokratische Entwicklung auch eine innerseelische Entwicklung geben muss. Und das versuche ich immer wieder zu erklären, ich bin erst dann ein wirklicher Demokrat, wenn ich meine eigenen seelischen Minderheiten, also all das, was mir selber nicht gefällt, meine Ängste, meine Schwächen, meine Probleme, wenn ich die auch kenne und mit denen umgehen gelernt habe. Denn wenn nicht, ist all das, was in mir abgelagert ist, was ich also nicht wahrhaben will, immer in Gefahr, dass ich es projiziere, beim anderen denunziere und dort bekämpfe. Und das ist im Moment für mich das Hauptproblem, dass diese innerseelische Demokratisierung nicht vorhanden ist. Wenn wir über Demokratie sprechen, denken aber, glaube ich, die meisten an unser politisches System und die Möglichkeit, im Rahmen von Abstimmungen Entscheidungen zu treffen, die dann die Minderheit ertragen muss bei gleichzeitiger Garantie von Grund- und Menschenrechten. Das will ich gar nicht jetzt gerade besprechen. Aber Sie sagen, es braucht, und wenn wir jetzt über den Bereich der Demokratie reden, es braucht dort mehr Demokratie, es braucht eine demokratische Revolution und mehr Beteiligung der Bürger. Aber wo ist an der Stelle das Problem? Also wo haben wir zu wenig davon? Naja, wenn wir eine nur äußere Demokratie haben, dann ist sie natürlich immer anfällig von Lobbyisten, von Korruption, von Manipulation, von Suggestionen. Wie bekommt man Mehrheiten? Und was ich meine und was notwendig ist, wäre eben dafür zu sorgen, dass Menschen auch selbstbewusster, selbstständiger sind, dass sie selber abwägen können, dass sie nicht so sehr verführt werden, nur einer Parteilinie zu folgen, sondern immer skeptisch nach Inhalten schauen und nicht nach Machtstrukturen. Es braucht mehr selbstständiges Denken, mehr unabhängiges Denken. Naja, wenn man praktisch eine äußere Demokratie baut mit Menschen, die in dem Sinne nicht wirklich innere Demokraten sind, dann brauchen diese Menschen eine Entschädigung für ihre Anpassung an diese äußere Demokratie. Meinetwegen Wohlstand, materielles Vorankommen. Und wenn das wegfällt oder geringer wird, dann fehlt diesen Menschen die Kompensation für ihre Anpassung an das System. Aber das klingt ja so ein bisschen danach, dass man das demokratische System quasi zwar will, aber dafür muss man die Leute bezahlen, weil sonst würden sie das nicht akzeptieren. Vielleicht habe ich es auch noch nicht richtig verstanden. Ja, es ist jetzt ein bisschen zugespitzt. Ja, sie werden dann nicht bezahlt, aber man kann ein solches System gut finden, solange man auch etwas davon hat. Ja, also, sagen wir mal, der Wirtschaftserfolg, das Wirtschaftswunder, Wohlstand für alle war ja ein großes Thema in Deutschland, wo Leute gesagt haben, okay, dann ist es ein gutes System, das machen wir mit. Aber wenn diese Entschädigung fürs Mitmachen, also Wohlstand für alle, wenn das immer brüchiger wird, wenn immer mehr Leute rausfallen, Kinderarmut, Altersarmut, prekäre Verhältnisse, Hartz IV und so weiter, ja. Dann ist der Erfolg einer nur äußeren Demokratie in Frage. Aber ist das nicht genau das, wenn wir jetzt uns nur ein Beispiel nehmen, zum Beispiel die USA. Da ist ein Präsident gewählt worden von Menschen, das ist jetzt vielleicht meine Wahrnehmung, die das Gefühl haben, sie sind rausgefallen, so wie sie gerade gesagt haben. Und um uns kümmert sich keiner mehr. Und dann werden sie im Rahmen der demokratischen Prozesse sich eben einen Präsidenten wählen, der ihnen zusagt, der ihre Probleme adressiert, der diese Menschen anspricht. Das ist doch aber eine funktionierende Demokratie, ohne dass diese Menschen jetzt irgendwie eingekauft werden müssen. Sondern sie haben sich aus freier Wahl dann für jemand anderes entschieden, der gesagt hat, ich adressiere jetzt die Probleme der arbeitenden Amerikaner aus Zentralamerika und nicht irgendwelche Randgruppen aus Kalifornien. Ja, sie sind dadurch aber mit solchen Aussagen und einer solchen Politik eingekauft, nämlich mit der Verheißung, also wenn ich euer Präsident bin, dann nehme ich eure Sorgen ernst und sorge dafür, dass es euch besser geht. Das ist nur eine neue Art, wieder Wählerschichten zu gewinnen, letztlich einzukaufen durch Versprechungen. Das ist im Grunde genommen nur die Fortsetzung eines Prinzips, nur eben mit anderen Vorzeichen und mit anderen Inhalten. Was ich möchte, wonach ich strebe oder was ich für notwendig halte, ist, dass eben nicht eine Anpassung an ein System gefordert wird, sondern dass Menschen so heranwachsen können und mit ihren eigenen Möglichkeiten und Begrenzungen leben können, so dass sie eben nicht mehr, dass die Gesellschaft nicht mehr gespalten wird in wir sind die Guten und ihr seid die Schlechten oder wir sind besser als die anderen. Sondern wenn Menschen mit sich besser klarkämen, weniger entfremdet sind, dann ist jeder andere, der eine andere Potenz hat, andere Möglichkeiten hat, kein Konkurrent, sondern eben ein Mensch, mit dem man zusammen etwas mehr erreichen kann. Aber können wir trotzdem zusammenfassen, ehe wir diesen besseren Menschen haben, ist das demokratische System, so wie wir es jetzt haben, eigentlich ein gutes? Es ist das Beste, was wir bisher hatten, ja. Und im Moment sieht es so aus, dass dieses Beste aller Systeme in die Krise kommt. Die Krisenlösung machen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und Ihnen fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich freue mich auf das nächste Mal.